86er Podcast, der Podcast für GZ Zürich mit spannenden Gesprächspartnern und Diskussionen rund um den Verein. Herzlich willkommen beim 86er Podcast, ein Podcast für GZ Zürich. Ich bin Janik und ich mache den Podcast mit Florian. Hallo zusammen, ich bin Florian und bin 25 im Podcast integriert mit Janik zusammen. Den Janik kennt ihr ja vielleicht schon aus dem 6-5 Podcast, vielleicht kannst du ja noch ein paar Sachen zu dem erzählen. Wieso du nicht mehr dort bist? Stefan hat ja vor einem Jahr den Podcast kreiert. Ich war dort in Thailand und habe dann per Zufall gesehen, dass er das macht. Ich habe mich dann gemoldet bei ihm und haben dann zusammen gestartet. Es war cool, wir haben uns weiterentwickelt in diesem Bereich. Es gab dann aber einen Moment, wo man dann gesagt hat, es passt nicht mehr. Und seit dem Dezember haben wir uns dann getrennt. Ich habe mir ein paar verschiedene Möglichkeiten versucht rauszusuchen, was ich sonst noch machen könnte, weil ich nicht einen zweiten Podcast kreieren wollte. Ich habe dann aber viele Rückmeldungen bekommen, die dann gesagt haben, hey komm, mach doch einen zweiten, nur über Fussball, weil der Podcast von Stefan geht. Viel über Fussball, aber auch über andere Themen und andere Sektionen, was auch sehr, sehr gut ist. Aber der Bedarf ist da für einen Podcast, der nur um den Fussball geht. Und deswegen habe ich gedacht, hey, ich mache das. Und ja, dann ist das Spiel gegen Winti. Genau, dort haben wir ja alles im Village, glaube ich, vor dem Spiel gegen Winterthur und dann hast du mich mal angehauen. Mehr als Witz. Mehr als Witz, ob ich den Moderator mit dir zusammen machen will, wo wir zusammen machen, wo wir ein bisschen mehr nur den Herrenfussball machen und die anderen Sektionen nicht Teil sind davon. Und ich habe mir dann das nachher überlegt, lange und habe dann aber irgendwie, ja, hat es mich nicht mehr losgelassen und dann habe ich dir ja zugesagt. Ja, gerade nach dem Spiel. Also ich bin dabei. Genau. Aber ich glaube, da sind wir ja beide ziemlich ähnlich. Ich glaube, wenn es um GC geht, dann interessiert. Wir sind halt schon Fanatiker. Genau. Und darum kannst du jetzt noch schnell sagen, ein bisschen auch für die Leute, wer du bist. Was hast du beispielsweise schon früher gemacht für GC? Genau. Ja, also für GC mache ich ja, ja, mache ich fast alles, würde ich fast sagen. Aber was ich früher sicher auch gemacht habe, ist, der Nicola hat damals GC Total Gründer gehabt. Das war eine Facebook-Seite, die sicher viele auch kennen. Da gibt es auch einen WhatsApp-Chat dazu. Und er hat dann damals aufgehört mit dem und hat mich dann eigentlich gefragt, ob ich Interesse hätte, das weiterzuführen und habe dann das jahrelang noch weitergeführt. Mittlerweile ist es auch wieder sehr abgewacht, weil auch Facebook ist halt, wie alle wissen, nicht mehr das, was es mal gewesen ist. Aber dort habe ich mich auch sehr engagiert und auch sonst immer um GC rum mit der Familie. Wir sind ja auch Sponsoren und ja, wie du eigentlich alle immer für GC, oder? Definitiv. Definitiv. Und also es ist jetzt wirklich cool, dass wir jetzt das aufgebaut haben. Jetzt sind wir da auf dem GC Campus und haben die erste Folge mit Harald Gärtner. Also es haut gerade rein mit den ersten grossen Folgen, die ihr euch dann freuen könnt. Am Sonntag oder am Montag wird die ausgestrahlt. Wir reden über ihn als Person, über das, was LEFC mit GC vorhat. Und genau so Themen wollen wir eigentlich zusammen abdecken. Wir wollen wirklich viel über den Fussball reden. Sind auch auf euer Feedback gespannt, was ihr alles genau würdet hören wollen. Wollt ihr eine tiefe Spielanalyse? Wollt ihr nur Podcast mit Gästen? Was für Gäste? Gebt uns wirklich so viel Feedback wie möglich. Weil das lässt unser Podcast besser werden und eigentlich für euch, weil der Podcast ist für euch, mehr Qualität entspringen. Genau. Das sind wir uns ja selber nicht einmal so einig momentan noch. Weil eben, wenn es nach mir geht, machen wir vor allem Interviews und einfach vereinsnähe Sachen, die auch einen Mehrwert bringen, wo den Fans dann vielleicht ein bisschen das Innenleben besser zeigen und ein bisschen Transparenz auch reinbringen, was wir ja in der Vergangenheit leider nicht oft hatten, dass wir da ein bisschen auch ein Sprachrohr dafür sein können, für den Verein irgendwo durch. Und Spielanalyse wäre ich jetzt eher weniger, aber du glaube auch ein bisschen mehr. Und darum wäre es auf jeden Fall sehr spannend, wenn die Leute natürlich sagen, was sie wollen. Genau. Also Spielanalyse sind mir halt einfach, ich finde es mega geil, weil halt ja, ich bin halt einfach schon mein ganzes Leben lang am operativen Geschehen vom Sport selber, obwohl es jetzt Eishockey mehr war, aber am Fussball auch. Halt so tief dabei, dass ich da ja darüber will reden, was ist die Entwicklung einer Mannschaft, wie sieht es genau aus, was läuft gut, was läuft weniger. Und vielleicht damit wir uns ein bisschen mehr einig da werden, ist vielleicht auch, dass wir mehr jetzt werden stimmen von Spieler, von Trainer, von ehemaligen, werden einfließen lassen, ähm, in einer Spielanalyse, damit sie auch natürlich noch ein bisschen kompetenter ist, weil ja, ich habe zwei Jahre Fussball gespielt in meinem Leben, du hast, wie viel gespielt? Opa null. Opa null. Und ähm, da ist natürlich die fussballerische Fachkompetenz nicht allzu hoch. Man könnte es natürlich auch ein bisschen lernen, aber ähm, wenn man dann noch ein paar Spielerstimmen oder Trainerstimmen oder von ehemaligen so einfließen lassen würde, dann würde das natürlich aufwerten und dann wäre es sicherlich spannend, finde ich. Genau. Eben, für das jedenfalls wichtig, wenn ihr uns das wissen könnt. Und vielleicht wollen wir ja noch kurz ein bisschen zu dem, zum Spiel gegen Luzern kommen, das jetzt vor uns steht. Ähm, wie siehst du das? Nach dem Aufschwung gegen Basel, den wir jetzt hatten, den Sieg, den wir endlich wieder haben können einfahren, nach der, ja, so lange ist jetzt die Durchstrecke nicht gewesen, aber es ist ja trotzdem wieder eine Durchstrecke gewesen. Ähm, glaubst du, wir können den Aufschwung mitnehmen oder wie, was hast du das Gefühl? Ich glaube, ich glaube, es wird ein hartes Spiel gegen Luzern. Ja, also, ich habe mit ein, zwei Spielen geredet diese Woche und ähm, haben dann gesagt auch, hey, eigentlich, eigentlich haben wir oftmals Situationen gehabt, diese Saison, wo wir hätten wirklich ein bisschen einen Aufschwung, den wir hatten, nutzen und plötzlich mal plötzlich nahe kommen oder sogar in die Top 6 kommen. Und jedes Mal haben wir irgendwie diese Spiele verloren und jetzt ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen, jetzt ist ich glaube, wirklich die letzte Chance für Top 6. Wenn wir nur schon kleine Chancen haben wollen für Top 6. Ja. Ob dann das auch die richtige Zielsetzung wäre oder ob das noch gut wäre, weil, ja, wenn der nächste, also jetzt in den internationalen Geschäft, auch wenn es nur eine Qualifikation ist oder so dabei ist, weiss ich nicht, ob das gut ist für die Planung von LAFC jetzt mit GC, aber, ja, ist, glaube ich, die letzte Stasse. Genau, was einfach sicher wichtig ist, ist halt, dass wir von dem Abstiegsplatz wegkommen. Und das muss natürlich das oberste Ziel sein, und da sind die Punkte auch wichtig, wenn wir die jetzt gegen Luzern einfahren können. Du hast ja, wenn wir noch erfahren, der Ndengue, der ist ja soweit eigentlich wieder, wäre einsatzbereit, wird jetzt aber wahrscheinlich gleich nicht, wenn dann sicher nicht von Anfang an spielen, gegen Luzern. Und er hat ja auch schon drei geile Karten. Da wäre natürlich dann auch die Frage, ob es interessant wäre, ihn gleich irgendwie noch ins Spiel reinzubringen, dass er die vierte holen könnte, damit er dann noch einmal gesperrt wäre und nachher, wenn er wieder 100% fit ist, dass er dann wieder voll angreifen könnte. Ähm, ja. Ja, also da hast du eigentlich vorher eine gute Idee gebracht. Er soll doch einfach auf der Bank sitzen und einfach mal schnell einen Ball reinwerfen zu werden. Und dann kriegt er für das Gelb und dann ist er im nächsten Spiel dann gesperrt und dafür in einem übernächsten Spiel kann er dann wirklich wieder, hat er genug Zeit, um wirklich reinzukommen und ist dann fit und kann dann wieder angreifen. Weil es ist, glaube ich schon, das will ich noch schnell sagen, für viele ist das, glaube ich, ein bisschen ein Alarmzeichen gewesen. Hey, den Ndengue ist Saisonende wahrscheinlich sogar. Oder der kommt einfach mega spät zurück. Und da müssen wir unbedingt etwas machen. Und es ist, glaube ich, eine Überraschung jetzt gewesen für viele, dass er plötzlich jetzt doch wieder Anfangswoche im Training dabei gewesen ist, dass das jetzt da die Überlegungen von LAFC halt doch, ähm, ja, etwas cleverer gewesen sind als viele gedacht haben. Weil viele sind schon in Panik geraten. Oh fuck, der Abstieg ist riesig. Klar, er ist natürlich immer noch eine potenzielle Gefahr. Aber, und das werden wir dann sicherlich auch dann im Podcast mit dem Harald hören, sind da die Überlegungen schon tiefer als wir von aussen vielleicht damals ein bisschen, ja, das Gefühl haben. Genau. Aber ja, wenn wir zurückkommen zum, zum Spiel gegen Luzern, ich erhoffe mir, dass es, äh, dass es einen Sieg gibt. Weil Luzern haben wir noch ein bisschen eine Rechnung offen. Anfangs haben wir sehr gut gespielt gegen Luzern, haben dann dummerweise verloren. Ähm, und dann in Luzern haben wir jetzt auch nicht so ein riesiges Spiel gemacht. Und, äh, deswegen wäre gut, wenn wir jetzt mal nochmal drei Punkte holen würden, dann sind wir sicherlich schon mal ein bisschen weiter weg von der Barrage und können trotzdem noch ein bisschen träumen. Und das fände ich eigentlich eine gute Mischung jetzt nach dem Wochenende. Was bei Luzern vielleicht auch noch klein ist, was ich jetzt noch nicht weiss momentan, ist, äh, letzte Woche im Spiel gegen den FCZ haben sie ja, ja, ziemlich viel Grippe. Ja, ja. Was ich jetzt nicht weiss, ist, wie geschwächt ist die Mannschaft noch. Was natürlich für uns dann auch wieder ein Vorteil sein, wenn jetzt die in Ordnung auf 100% wäre, dass wir da vielleicht sogar eventuell gegen ein geschwächtes Luzern noch spielen könnten, was auch natürlich noch von Vorteil wäre. Aber eben, wie gesagt, wir haben natürlich mit dem Abraschi auch Elementar und auch mit dem Abels, Abels ist, glaube ich, auch gesperrt, wo auch natürlich uns fehlen und sich das vielleicht dann wieder ein bisschen ausgelegt. Ich glaube, auf jeden Fall, es wird sicher ein, ja, es wird, es wird ein langes Abtasten geben, habe ich das Gefühl. Und, äh, ich hoffe aber dass wir das nicht für 1-0 für uns noch entscheiden können. Ja, also, der Belocco ist sicherlich gesperrt. Das ist sicher schon mal gut, weil das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Mittelfeldmotor von Luzern. Max Meier hoffe ich, dass er noch nicht so ganz fit ist. Ähm, aber ja, jetzt halt, ich meine, Luzern ist jetzt gerade eine Zürcher Trilogie gehabt. Vinti, verloren. FCZ, verloren. Und jetzt kommt GC. Und ich glaube, die werden natürlich schon mit der Wut im Bauch welche Reaktion zeigen wollen, weil sonst sind die brutal in Gefahr, dass sie auch Top 6 verlieren. Ja, klar. Was ja für uns super wäre, aber, ähm, also die werden definitiv bereit sein. Und deswegen ist es natürlich auch das so wichtig, dass wir so eine Mentalität wie gegen den FC Basel wieder auf den Platz bringen, auch wenn halt unser Motor, der Abraschi, fehlt. Aber ja, ich bin sehr gespannt, auch wegen der Aufstellung. Ähm, zwei Punkte. Letztes Mal haben wir mit Folgenkette gespielt, das hat super funktioniert. Ähm, weiss es aber natürlich nicht, ist es gegen Luzern taktisch clever, um diese Aufstellung wieder zu machen, oder nicht. Und was mir letztes Mal aufgefallen ist, ist einfach das Pressing-Sein. Also das Pressing gegen Basel ist endlich mal ein Pressing-Sein. Es ist, für mich als gesagt, das beste Pressing-Sein, das wir in den letzten paar Jahren gespielt haben. Und das macht Spass. Ja, klar. Eben, wenn natürlich an das kannst du anknüpfen, dass wir jetzt nach dem Spiel gegen Basel da jetzt einiges gegeben haben, was wir sicher weiterführen können. Und vor allem das Pressing, was du sagst, und auch einfach die Motivation auf dem Platz, die einfach auch gestimmt hat, und auch den Willen, um den Sieg holen. Ich habe schon gesehen, wo wir dann die rote, ob jetzt die gerechtfertigt ist oder nicht. Also es ist ja niemals rot gewesen an die zwei gärle Karten. Aber wenn man da anknüpfen kann, das wäre eben genau so wichtig, dass wir jetzt da mal weitermachen, die Motivation, den Schwung mitnehmen könnten, dass dann vielleicht gleich noch etwas drin liegen könnte. Und ja, das hoffen wir natürlich alle. Sehr gut, dann kommen wir langsam zum Abschluss von der ersten kurzen Kennenlern-Episode. Ihr findet uns einerseits im GC-Forum, andererseits auf Instagram, dort könnt ihr uns immer wieder ein bisschen anschreiben. Bitte entschuldigen, wenn wir nicht direkt zurückschreiben, weil es sind manchmal wirklich sehr viele, die schreiben. Das ist sehr schön, zeigt, geht es erlebt. Aber wir sind zu zweit, wir haben noch jeweils Festdarstellungen und es wird dann manchmal ein bisschen viel. Auf jeden Fall, wir freuen uns sehr auf alles, was kommt in Zukunft. Und Podcasts werden wo ausgestrahlt? Podcasts werden eigentlich überall ausgestrahlt, wo ihr eure Podcasts schaut. Wir schauen, dass wir da so ein breites Portfolio wie möglich aufbauen können. Wenn du aber dann das gleiche Gefühl hast, du hast jetzt irgendeine Plattform, wo der Podcast noch nicht kommt, dann lass uns das auf jeden Fall wissen. Dann schauen wir, dass du den Podcast dort hören kannst, wo du ihn hören willst. Und ja, sonst auf allen Plattformen, wie gesagt Spotify, Apple, Deezer. Ja, schau dich auch mal vorbei und würde uns freuen, ja. Sehr gut. Und ja, dann freuen wir euch morgen zu sehen im GC Village und im Stadion und gehen wir auf die nächsten drei Punkte. Hop, GC. Hop, GC. Das ist GC, eine Liebe, die ewig war.